ich bin jetzt wieder da wo wir gespeichert hatten auch gerade versuche jetzt hier irgendwie lang zu tauchen und ich sehe aber absolut gar nichts bevor du stirbst ja dann sterbe ich halt noch mal aber ich glaube das sieht ganz gut aus hier ja ich hab's geschafft pro taucher ich brauche keine taucherausrüstung scheiße ich drauf taucherausrüstung ist nur was für noobs wird auch total überbewertet so jetzt nur noch unten ins loch und gucken ob ich das schaffe so gefährliches wasser gefährliches loch da unten da gehe ich nicht mehr rein aber irgendwie ging es doch hier noch weiter wie ging es hier weiter warte da gerade noch ein wasser auf euch habe ich gerade nicht gesehen wie ich an dir vorbeigelaufen bin so ich bin unten hast du steine und sowas dabei weil das tor drauf machen also eben das ging von alleine auf okay die koffer sind da nice ich höre ich schon geh mal wieder in den raum da sind jetzt die koffer plötzlich da hat keine ahnung da wo die monster herkamen bei mir steht da bitte welche weiß nicht wo ernsthaft ja ich höre ihn zu aber ich sehe ihn nicht eine taschenlampe denn hier anscheinend das hat gerade angezeigt host not responding deswegen so siehst du hier waren gerade koffer jetzt sind die weg hier sind hier geht das tor nicht auf das drauf gelegt ich kann ja auch gar nichts drauf legen dann laufen wir jetzt mal entgegen jetzt geht's auch warum auch immer hast einen hack mal kurz eingegeben boah ich glaube die spiel wird niemals erscheinen das wird ewig in der alpha bleiben wegen ja das ist momentan echt schon heftig ja diese ganzen bugs und so was für eine diebsen auch noch zwei entwickler ok ihr müsst mir entgegen kommen weil ich kein dynamit habe und ich muss hier was sprengen ja dann gönne ich mir jetzt erstmal schön dr pepper bisschen produktplatzierung machen ja für acht das darf nicht sagen dr pepper einmal getrunken also meins war es nicht so bei mir hat irgendwie nach hustensaft geschmeckt die falsche sorte erwischt ja aber das war abgelaufen es gibt natürlich auch noch aldi penny und so nicht nur edeka ja es gibt auch nicht nur dr pepper also es gibt auch noch coca cola und pepsi und damit wir jetzt hier mal alle genannt haben aber die könnten mir echt mal so eine palette hier vor die tür stellen vor der wand weg bitte wo seid ihr schon da ich glaube nicht ein ok mal ist hallo da bist du ja wieder da ist na habt ihr mich vermisst ja total ja sehr überzeugen wie schnell bist du da eigentlich durchs wasser geschwommen ich habe gehackt ja glaube ich auch du bist übrigens wieder ein mexikaner glückwunsch und von hat aber ich irgendwie an kronke erinnert bisschen kärle dem wahl das hat er ganz gut so muss in deine sachen als erinnert ja mit dem schlauch erinnert da ich so ein bisschen dran wo sind wir langgegangen hier oben lang hier oben lang hier bin ich gestorben ah endlich wieder alle sachen das fühlt sich gut an so und wo geht es jetzt weiter keine ahnung ja nice mal hier war der raum mit den koffern hier sind auch noch die ganzen koffer hier sind auch wieder die ganzen monster komm schon na komm er läuft natürlich nicht durchs feuer ah da ist die oder ein ex die braucht zwei treffer gesammelt kann das sein bei den viechern ja teilweise sogar ein schlag also nach einem schlag liegen sie meistens auch aber dann atmen sie noch wo kommen die denn jetzt eigentlich her ich dachte ihr habt die halt umgebaut ja haben wir auch aber die sind jetzt wieder neu gespawnt ach gespawnt vielleicht ist denn denn tot hospital ja wir sehen die aber irgendwas höre ich trotzdem noch ja jetzt geht mein feuerzeug aus oder war ein uhr drin aber die kann ich nicht mehr aufheben kann ich mir gleich mal hier so da ist er doch wie viel hältst du aus mal guck hier hinten geht es nicht mehr weiter irgendwie ich habe vier bomben ganzen koffer hier leer gemacht passiert wieder nichts abgekriegt du warst schon tauchen ja das ist da wo ich durch das loch geklitscht bin ja und da oben wenn man da hoch geht da wo das wasser ist da sieht man auch so einen kleinen spalt aber ich kam da irgendwie nicht durch kommt mir gar nicht hoch hier an der seite und da oben siehst du so einen kleinen spalt aber ich glaube da geht es glaube ich glaube ich auch nicht wie sind wir denn da gelaufen bestimmt da wo muss ich klaus war in dem raum geht es weiter oh gott ich habe angst dass da hinten in das loch falle und dann nie wieder deswegen glitsch da lieber nicht rein also wieder zurück ich denke es mal ist gerade so warm wie die geier alter wie die geier ohne scheiß ich sehe halt absolut gar nichts jetzt so wo jetzt sind ich weiß nicht mal hier gucken ob es da irgendwo weiter geht ja hier geht es weiter oder oder ja schön dran vorbeigelatscht nice oh babies warte mal nein warum fliegt das ding so weit jetzt springen sie gleich Mistviecher hallo ich kann nichts anzünden jetzt guck die gehen direkt wieder aus die mollos ah da unten ist noch wasser ah da ist er getroffen wow wow scheiße was ist denn das hier auf dem boden das ist kaputt dann am monotow ach so alter ich wollte gerade draufschlagen die ist Mistviecher rot wo ist der typ jetzt hin keine Ahnung da war noch eben noch einer hier der ist verbrannt waren wir hier letztes mal ich denke es mal du meinst beim stream oder was keine Ahnung vor allem die taschenlampe ist immer noch voll dunkel irgendwie ja irgendwie schon die bringt einen Haufen scheiße einfach hier geht es nach oben boah wie der schon wieder Hunger hat ne der Typ ist echt seltsam ähm ok äh was ist hier oh ne das muss man sprengen glaube ich sieht zumindest so aus sag mal ist bei euch auch so ein Eisrand ja ja kann sein deswegen habt ihr schneller Hunger weil er ohje er packt die Bomben aus spür mal weg ne die rollt auch einfach mal voll weg aber das kann man anscheinend nicht springen man muss doch normalerweise quetsch dich da lieber nicht durch hey da geht es aber bestimmt weiter sieht zumindest so aus was ist hier hinten ist denn da oder kann man hier irgendwie noch woanders lang gehen ja hier oder boah jetzt wäre ich hier fast runter ach von da sind wir gekommen wie du die Bombe in der Angst äh in der Hand hast das macht mir echt Angst lass die bloß nicht fallen ey hm wie meine Taschenlampe leer ist da musst du Batterie wechseln boah das Ding frisst Batterien wie keine Ahnung was oh ne ich weiß wo wir sind oh da wo Muschiklaus und der Krakenmann da waren weißt du noch auf der Brücke da das müsste das sein hier ist das hier geht mal weg lass mich mal durch oh alter oh dann ist Negerlein der hat voll die Snickers fallen lassen hier wow wir rennen wirklich eine Feuerachse der hat Schiss davor oder wie ah kann sein da kommt ein Baby gleich sprengt's ja du Mistvieh wer hat mich angezündet ich hab kein Feuer jetzt töte das Vieh doch endlich mal wow Achtung wo ist denn das hingeflogen hier Achtung hier nee das ist schon tot aber es bewegt sich noch das winkt das winkt mir zu Mann ist das eklig oh springt springt nix komm boah stirbt doch jetzt hey ich hab's doch ich hab's doch eigentlich wie das aussieht wie das aussieht ey ihr hackt da auf den unschuldigen Babys rum ey wie der wegrennt ja so unschuldig sind die jetzt auch wieder nicht ihr seid so gemein achso ja ist so wirklich jetzt ey der rennt einfach weg dieser Bastard ey jetzt kommt er alter wie du schlägst Frauen was ist los bei dir ich bin auch tot übrigens danke ich bin auch 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 ich bin auch